Willkommen zurück zu Root Factory Tipps Titel wieder so also wir erinnern uns kurz zurück ich weiß nicht ob es im letzten oder vorletzten Park war wo wir diese Tempelinsel da Julli hatte uns beauftragt zu den Koordinaten auf der Seekarte zu gehen und das haben wir natürlich gemacht Julli ist jetzt zum Nachmittag wir sind voll im Jahr ach ja ich war ja im Drachenbad glaube ich mich zu entzünden so keine Sorge wir gehen natürlich nicht auf unsere Haustiere los sondern wir gehen nach dem Land und problematisch ist hierbei nur dass wir so 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 Und da ist noch ein Monster vor und ich hoffe, das ist das letzte. Ach, ich fliege da rechts ab. Das war noch ein Wettbewerb. Was soll der Scheiß? Ich hab die doch gerade erst kaputt gemacht! Was soll der Scheiß? 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 Ich weiß nicht, ob das jetzt hier Tränen sein soll oder was? Was soll der Scheiß? 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 Was? Jetzt sag ich nicht, ich bin gestorben! Nein, ich war egal. Ich habe jetzt nicht auf meine LP geachtet. Eine Schatztruhe! Ein Schlüssel! Cool! Ich habe einen Schlüssel bekommen! Geil! So, jetzt gehen wir nochmal. So, was haben wir hier? Das waren die einfach mal hier auf der Insel. So, wie spät? Zeit zum schlafen! Also, ich finde, wir haben heute ganz schön was geschafft! Ja, so ist es gerne. Guten Morgen! Ja, der Tag ist immer schön. So, als allererstes schauen wir mal auf unsere Felder. Oder was heißt Felder? Ja, äh... Also, vier mögliche. So, 28 Monster Kekse haben wir noch. Das ist schön, dass man gerne zu pennen, auch sie sich einfach da bedienen kann. Das ist schön. So... Ach, da fällt mir ein. Wir haben doch in irgendeinem Tor noch eingesammelte... Einfach mal freilassen. Ich weiß nicht, ob es von Bedeutung ist, was für eine Sorte wir einsammeln... äh... aussetzen. So, mal gucken. Neue Schöne... Nein, sieht nicht so aus. So, jetzt wollen wir gucken. Warte mal. Nicht hier? Nein, nein, nein... Und hier? Nein, 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 nein... Sieht noch nicht so aus. Ich glaube mit den Geistern, die wir jetzt hier ausgesetzt haben, dürften wir einiges an Prozent gewonnen haben. Waren wir schließlich fünf Stück? Oh, wir sind bei 46. Das ist doch schon mal was. So. Achja, wir sollten vielleicht Linie aufsuchen, die wir von dem Schlüsselhatz hier nicht mehr gefunden haben. Oh, hier ist ein Foto. Grüß dich, guten Morgen. So, hier ist das Gastarzt. Ah, hier ist noch ein neue Aufträge. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Draußen? Ach, das hier. Was für eine zaubernde Morgen. Hast du den Strein gefunden? Das muss ein wundervoller Anblick gewesen sein. Ich wette, du bist müde von der langen Reise. Ich frage mich, welche wundervollen Orte man noch finden kann. Hihihi. Das ist so spannend. Auftrag erfüllt. Äh, hallo? Kann ich auch eine Belohnung? Es muss hinter uns bleiben. Lass es mich kochen üben. Versprich mir das. Äh, ja. Apropos. So. Lillis Auftrag erledigt. Odette, wenn du aufs Meer hinaus fährst. Was will sie denn? Ah, es ist Zeit, da zu treffen. Äh, normalerweise war sie ja immer diejenige, die draußen fehlt. Was ist mit dem jetzt? Odette? Müsste sich am St. Pokil-Weg aufhalten. Ah, am Drachenstein. Bis jetzt. Hä? Wie bitteschön ist sie so schnell da hingekommen? Jetzt ist sie wieder am St. Pokil-Weg. Was soll denn der Scheiß? Oh, war sie gerade noch? Ach, warte, da ist sie ja. Guten Morgen! Ein weiterer Tag, an dem unsere Bestes gehen würden. Du wirst also fahrt bis zu den Inseln in der Umgebung von Fini veranstalten? Meinst du die Nachricht vom schwarzen Brett, die war eigentlich für Gäste bestimmt? Du hast wahrscheinlich schon viele der Nachbarinseln gesehen, oder? Oh, es gibt da eine Insel, auf der sich ein äußerst ungewöhnliches Gebäude befindet. Es ist jedoch seit Ewigkeiten verschlossen, deswegen hat es niemand betrieben. Niemand? Richtig, niemand findet den Schlüssel. Es ist ein Rätsel. Es ist die Insel im Süden, mit dem gelben Turm. Du solltest sie auch von Weitem sehen können. Hey, ich habe doch einen Schlüssel. Das hört sich sehr interessant an. Könntest du sie für mich ansehen, wenn du Zeit hast? Natürlich, das kann ich machen. Das ist ja praktisch. Räumelau. Ach, da fällt mir ein. Sekunde, mal gerade eben auf den Kalender gucken. Ist morgen vielleicht wieder so ein Schnäppchentag? Ne, erst übermorgen. Ach ne, bis dahin werden die Monsterkekse schon noch reichen. So. Dann gehe ich mal eben kurz wieder auf die Insel. So. Kurz gucken. Oh, hat schon dreist meines. Also hier unser Gomblin, der scheint uns ja sehr zu mögen. Hat schon drei Smileys. So. Ist schon irgendwas reif hier? Seid ihr fleißig, Jungs? Ich sehe hier noch nichts getan. Na gut. Lassen wir euch mal noch groß schaffen. So. Dann. Dann werden wir diesen Part erstmal beenden. Und im nächsten Part werden wir uns dann diese Wirklichkeiten angucken, die Odette uns geschildert hat. Bis dahin sage ich Tschüssi. Eure Tita Kenji. Musik Musik Musik